Ach komm, wir töten die jetzt einfach. Ok. Wovon geht das auf mich los? Hahaha. Ach du Scheiße, spinnen, 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 spinnen. Ach du Scheiße. Warte auf. Scheiß geil, wir lassen sich. Da kann ich um kaputt gehen. Wir lassen sich einfach offen, hinter dir einen Hund. Ach, aha, noch einen Hund. Alter, da haben wir jetzt doch eine Feinde gemacht. Alter, nochmal Hunde. Hinter dir. Noch ein Hund. Oh mein Gott, das tut es bei mir irgendwie lecken. Ich bin normal, so bei so vielen. Genau. Ach toll, das ist allein nicht so. Ich bin normal, aber nicht so. Ich habe einen Hund. Ich habe einen Hund. wo ist das? Ne. Ich geb auf das Dach, mach dich fertig, und dann spring nach unten. Ich komme mit Verstärkung. Warte. Alter, ich sehe so gut wie überhaupt nicht. Ich glaube einfach auf alle eigene. Alter. Alter. In Anton. Steig. jetzt kann es losgehen ja klar jetzt wo ich gestorben bin mehr und stellen gab keine andere möglichkeit bringt ihr bei gar nichts mehr in der warum alt hast du gemacht es war ein creeper das mach ich nicht, es war ein ganz silly creeper, nein es war TNT warum? es gab keine andere möglichkeit außer sie zu sprengen los komm wir müssen sie noch alle töten erst dann ist die Welle überstunden mach ich gerne was machst du? halt doch auf, damit du die in die zu sprengen warum denn? weil du die mit schwer dabei kämpfen sollst dann greifst du sie mit Feuerzeug an los Feuerzeug nerf Das war's für heute. Hier. Bäm. Okay, das war's mit unserem Let's Play, ähm, Special von Minecraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video.